Die nächsten 50 Minuten gehören einer Frau, einer Sängerin, einer Tänzerin. Nein, um diese Frau zu beschreiben, ist die deutsche Sprache viel zu wenig temperamentvoll. Das muss man auf Italienisch sagen. Una ballerina excepcionale, una cantante bravissima, una bellezza, una tigre, una star. Und wenn Sie noch nicht wissen, von wem die Rede ist, dann kann ich es Ihnen in zwei Worten übersetzen. Hedda Palisi! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020